Hey Leute, vorab schon mal ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Und hier mal kurz zum Samstagmittag meine Gedanken zu den aktuellen Zusammenarbeiten, Kooperationen von Fortnite. Und wir haben in der Vergangenheit ja wirklich schon richtig coole Sachen auch bekommen. Ob das mal Zusammenarbeit war mit DC, Monopoly haben wir ja in der Vergangenheit erlebt, aber auch Marvel oder Balenciaga. Also es gibt richtig, richtig coole Sachen, die Fortnite da immer wieder abbrennt. Und Naruto, darauf warten wir ja, das wird ja jetzt auch bald passieren. In drei Tagen sind wir da ja wieder ein Stück schlauer. Aber was mich immer so als eingefleischten Star Wars Fan auch toucht, sind solche Sachen wie jetzt mit Boba Fett, was ja gestern auch geleakt ist. Beziehungsweise nicht geleakt, aber sie haben es ja selber veröffentlicht, angeteasert mit dem The Book of Boba Fett, was ja auf Disney Plus dann auch Ende Dezember wieder läuft. Finde ich richtig, richtig nice. Und wir haben in der Vergangenheit ja auch schon viele Star Wars Sachen gehabt. Ob das jetzt hier mit dem Live-Event in der Vergangenheit war, was da lief. Aber auch coole Items und Skins mit Kylo Ren fand ich absolut mega als Skin. Und die ganzen anderen Sachen, die es dazu gab, fand ich auch wirklich cool. Mein Lieblings-Skin, und das ist auch so ein bisschen die Frage an euch gewesen, oder das ist sie jetzt, was wäre dann euer Wunsch als Skin? Also meiner, und das nehme ich jetzt einfach mal vorab, wäre Darth Vader als Skin zu haben. Also das wäre schon richtig nice, würde ich auch gar nicht ohne, also ich brauche gar keinen Shishi, roten Anzug, blauen Anzug, weiß der Teufel. Ich nehme ihn klassisch, so schwarz-rotes Laserschwert, vielleicht ein cooles Emote mit der Macht in irgendeiner Form dazu. Das wäre schon richtig geil, darauf hätte ich auch echt Lust. In der Zusammenarbeit, glaube ich, wäre das auch cool. Weil ich habe jetzt auch schon ein paar Kommentare gelesen, hier zum Beispiel zu dem Boba Fett, was ich gestern reingeschrieben hatte, als ob wir Boba Fett als Skin bekommen. Ich glaube schon, dass der kommen wird, der wird auf jeden Fall am Start sein und manche finden die Kooperation auch cool, wünschen sich ein bisschen mehr Kreativität. Darum bin ich drauf gekommen, also mein Lieblings-Skin, mein Wunsch, wenn man das so sagen kann, wäre tatsächlich Darth Vader. Hätte ich richtig Bock drauf, würde ich auf jeden Fall auch kaufen. Gibt es ja schon viele Sachen, die hier selbst zusammengestellt wurden, kann man ja jederzeit noch mal reinschauen, könnt ihr auch immer mal reingucken. Also finde ich nice, darauf hätte ich wirklich Bock. Also worauf habt ihr Lust? Gibt es von eurer Seite aus einen Wunsch-Skin, wo ihr sagt, nee, scheiß mal auf Star Wars, ich brauche was ganz anderes, ich habe da noch was komplett anderes im Kopf? Haut es gerne mal in die Kommentare, aber hier seht ihr, ich wäre Star Wars und ich wäre auch Darth Vader-Fan, wenn es den geben würde, ich würde zuschlagen. Also mich interessiert eure Meinung, haut es gerne in die Kommentare, lasst ein Like da und ansonsten wünsche ich euch weiterhin ein entspanntes Wochenende. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, ciao. Vielen Dank.